Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Steel Ocean. Jo, ich wollte ja jetzt im Brüten spielen, die R-Klasse. Wie kam man hier aus? So, warum leuchtet der? Keine Ahnung. Was ist da? Ach, ein Gold-Auto-Ding, das brauche ich nicht. Ich habe ja kein Gold. Aber im Promo auch nicht. Komm, den starten wir das Mensch. Und dann werden wir jetzt mal schauen, wie sich der Britis fahren lässt. Ich hoffe, ich muss nicht so lange warten. Weil ich sehe hier, es gibt nur drei Einer, die eine Runde suchen. Das ist ziemlich wenig Leute, die das Spiel spielen. Obwohl, das mit dem U-Boot fand ich wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Auch gibt es schon bei World of Warships auch schon U-Boote drin. Keine Ahnung. Ach, los, kommt schon. Lasst mich nicht warten. Oh, jetzt sind es 13 Einer. Jetzt geht es aber gleich los. Denke ich mal. Können zumindest schon mal 6 gegen 6 spielen. Vielleicht noch einer und zweier dazu packen. Dann wird sie hingegen sehen. Aber die wollen nicht. Mensch. ... Oh. Jetzt gehts los. Wir haben ja auch lange genug gewartet. Ich hoffe ich sterbe nicht so schnell Das das Wart und sich auch gut und hat Ok die große Flagge dann Zwei Zweier bei uns im Team Bei dem auch Zwei Zweier Na dann Kann es ja los gehen Volle Kraft voraus Wir dachten Ich war gegen Oh Dann gehen wir schon Gefahren Wo sind denn die Kanonen Zwei 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 oder Zwei Gewalt Zwei 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 verschied Torpedo in-coming! Evasive maneuver! Critical hit! Inbound Torpedo, watch out! Oh no! Look out! Torpedo! Excellent! Good shot! Inbound Torpedo, watch out! Zoom! Wow! Splash bar! Break through the enemy's armor! So... ...I think I'm just out of control. I have to go. Have I got Torpedoes? Have I got Torpedoes? The force's armor is too thick! Torpedo incoming! Evasive maneuver! We almost had it! Break through the enemy's armor! Excellent! Good shot! What the fuck? The enemy's warship's armor is too thick! Help me, help me! Critical hit! Excellent! Good shot! Come, 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 come! Faster! Faster! Light it faster! Excellent! Good shot! Oh, excellent! Go, go, go! Oh, das war eine schwere. Ich habe den schweren gekillt. Sieht aber ganz übel für uns aus. Mensch, wir sind doch schon alle kaputt. Oh, das war's. Oh, das war's. Prick-surfing-enemies'-armor! Oh, no! Look out! Torpedo! Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Prick-surfing-enemies'-armor! Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Das war ja mein richtiger Treffer. Oh ja, wie ist das? kaputt Naja, aber ich finde das war eigentlich mal eine gute Runde für mich. Können wir mal schauen, was wir bei mir gleich ausbauen könnten, wenn die Runde vorbei ist. Kommt! Schneller! Schneller! Da wird sowieso eine Niederlage. Aber ich will Punkte haben. So, das war dann der Zweier auf jeden Fall. Äh, der Einer. Ich werde immer sagen, den haben wir ja heute Morgen gespielt, äh, ja heute Morgen gespielt, also gestern. Weil ich mache ja die Folgen immer einen Tag vorher. Weil morgen zum 4 Uhr spielen ist immer ein bisschen doof. Ach, da ist er eine Medaille gekriegt. Ich hatte sogar einen Dreier schon. Boah. 2er, 2er, 3er, 1, 2, 2, 2, 2. Okay. So. Wir haben gekriegt. 325. Ah ne, die Kuh sieht das ja. Dann können wir einmal das ausbauen. Teil noch 120. Und das ausbauen. Und das ausbauen. Und das ausbauen. Und jetzt noch natürlich kaufen, ne. Muss auch sein. So. Und dann habe ich jetzt noch 35 plus 325 extra Punkte. Ja, haben wir gemacht. Schauen wir mal schnell mit denen wir heute Morgen gespielt haben. Und dann war 2003. Ach, wir sind doch schon fertig, Mucki. Na dann. Brauchen wir uns die Morgen. Ohne Gold. Ach, ich habe kein Schiff-Slot mehr frei. Schauen wir nochmal hier nach. Was haben wir bei denen? Null. Gut. Und was haben wir bei denen? Null. Ach ja, ich habe ja immer gleich die ganzen Punkte mit verballert. Also die gelben. Mal was hier jetzt auch. Ich brauche eigentlich gar nicht genug. Aber egal. Ich mache das trotzdem. Okay. Haben wir beim Deutschen noch was? Guck mal, können wir den auch schon hier brauchen. Bei der Pillow. Neck. So. Also wir müssen verkaufen den hier. Rechtsklick. Zau. Okay. Und. Nassau. Rechtsklick. Zau. Okay. Jetzt haben wir zwei Schiffe verkauft. Da ist der Tech-Tree. Das war einmal der Deutsche. Der Nassau. War der hier. Verkauft. Kaufen wir uns jetzt den Nächsten. Und bei den Amerikanern war es der hier. So. Jetzt ist das wieder alles so durcheinander gewürfelt hier. Ach Mensch. So ist das mag ich überhaupt nicht. Kann man das nicht hier nach Land sortieren? Alle? Nein. Dass irgendjemand sehen möchte. Ich möchte ja alle sehen. Da. Machen wir eine Favorit raus. Zeraus. Kremium. Okay. Jetzt haben wir hier wieder. Nein. 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 Ach. Meno. Na gut. Jetzt sind halt nur die Amerikaner noch zusammen. Oder? Ach Mensch. Vielleicht sind die Japaner ganz zusammen. So sind die Japaner. Die Deutschen. Und. Und. Britte ist zusammen mit sich selber. Ja. Ja gut. Das war eine Runde. Steel Ocean. Ja gut. Ich würde mich freuen. Ja gut. Ja gut. Ich würde mich freuen. Ja gut.